Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu ShopTitan. Seine neue größere Änderung ist da. Patch 15 oder V1500 ist raus. Und der Patch bringt wunderbare Sachen mit, wie zum Beispiel diesen neuen Typen. The Magic of Music heißt das Update und bringt einen neuen Händler oder neuen Hersteller mit dazu, nämlich ihn. Wie heißt er? Ähm, er heißt Johann de Bar... Johan... Johan de Barth... De Barth... Sieht man schon, er hat Magie in seinen musikalischen Instrumenten und bringt noch mal mehr Mechanics mit rein. Aber reden wir doch mal mit ihm. Hi, oder, ich bin Johann de Barth. Ich bin gerade erst hier gezogen und naja, ich habe noch nicht so viele Freunde. Ich kann magische Instrumente und, äh, Auralieder herstellen. Ganz recht, das perfekte Geschenk für Champions. Was noch? Oh, mithilfe meiner magischen Musik kannst du zwei Möbelstücke gleichzeitig verbessern. Wenn du meine Fähigkeiten brauchen kannst, helfe ich nur zu gern. Uff. Okay, ist das das komplette Bundle. Ey, ähm, kann man den auch nur kaufen oder muss man hier das Gedöns hier auch mitkaufen? Oh, äh, okay, dann bis später. Ja, äh, die Stadt hat sich dementsprechend erweitert. Oh ja, oh, oh ja, oh, 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 äh, ein bisschen rausgesund. Bisschen Platz zwischen den Einzelorten, da ist auf jeden Fall Platz für weitere. My specialty is crafting magical instruments und, äh, okay, auf Englisch nochmal. Tja, dann muss ich wohl zuschlagen, nicht wahr? Jawohl, es ist vollbracht. Du hast Johann de Barth erfolgreich gekauft. Falls ihr euch selbst ihn euch holen wollt oder was anderes im Epic Game Store, denkt daran, als Creator Code könnt ihr Wutsche Games eingeben, ja, um mich zu unterstützen. Das wäre super nett, aber natürlich jederzeit nicht notwendig. Trotzdem sehr dankbar, falls es mal geschieht. Triangel. Hm, okay, Musikgegenstände. Und das ist was Interessantes. Die Auren. Okay, die Übersetzung ist noch nicht so richtig gelungen, aber Auren sind eine neue Art von Gegenstand. Leuchten auch, blablabla. Wir haben hier Johann. Wir können doch gleich mal da reininvestieren, oder? Gleich mal. Gleich mal. Okay, so viel kann ich in das reininvestieren. Okay, so viel Geld habe ich geändert. Mach mal 500. 500 Ticks kann ich mal schon mal spenden. Dem guten Johann. Moment, wollte ich gerade sagen, da haben schon einige reingebuttert. Ja, ordentlich, schau dir das an. Na gut. Gehen wir mal erst mal 500. Ich sammle mal. 13er Stufe. Na gut, na gut. Okay, Johann. Ist ein neuer NPC, beziehungsweise Handwerker. Zwei neue Arbeitsreihen werden dadurch freigeschaltet. Was habe ich jetzt? Unterstützer. Ach, habe ich so viel Geld schon investiert? Ja, also normalerweise für Angebote und sowas gebe ich kein Geld aus, aber die Worker habe ich ja im letzten Jahr am Black Friday zugeschlagen. Und ja, die Worker, dafür, dass ich das Spiel, glaube ich, eineinhalb Jahre mittlerweile spiele, ist das, glaube ich, okay, wenn ich da alles, alle halbe bis ein Jahr mal 20 Euro in die Hand nehme. Knapp. Das ist vertretbar für meinen sehr sparsamen Gedanken, oder meint. Also, ich habe ja Ziele finanziell und die müssen erreicht werden. So, wir wollen uns aber jetzt auch die neuen Sachen anschauen. Deswegen, weg mit euch, Gesindel. Geht vor Ort aus meinem Laden. Apropos meinen Laden. Ich bin jetzt mittlerweile dabei, alles auf Stufe 15. Also, nahezu alles ist jetzt auf Stufe 15. Und das ist jetzt geil, dass ich jetzt zwei Dinge gleichzeitig machen kann. Also, das nutzen wir eiskalt aus. Das will ich doch gleich mal sehen. So, jetzt ist jedes dieser Gerätschaften hier auf Stufe 15. Das ist schon mal geil. Ich liebe Symmetrie. Und, tja, ich könnte jetzt doppelt so schnell hier die Sachen alle fertig machen. Auch nicht schlecht. Also, ich würde gerne... Hier wird das Schweineteuer. Ja, das wird super Schweineteuer. Vielleicht sollte ich mal Sachen verkaufen. Ich sammle gerade Geld. Beim letzten Event habe ich ziemlich viel... Ja... ...gemacht. Ja, gib mir Geld. Limitiert ihn zu. Jawohl, her damit. Ja, gib mir Geld. Jawohl, schön. Das können wir gut gebrauchen gerade. Das Geld können wir echt gut gebrauchen. Ähm, mein größter Druckpunkt ist gerade... ...oder mein größter Schmerzpunkt ist gerade nicht unbedingt Energie. Da bin ich gerade so zufrieden. Aber... Ich glaube, dadurch, dass ich jetzt zwei Sachen erweitern kann, werde ich jetzt anfangen... Hier, das da ein bisschen zu erweitern. Hauptsächlich habe ich die Engpässe tatsächlich weiterhin hier. Bei den Sachen. Die sind nur Schweineteuer und kann ich mir nicht leisten. Und Stufe 73... Ah, wobei... Kann ich mir das vielleicht leisten? Ich kann es mir vielleicht schon leisten. Ich müsste halt bloß da die Hoffnung aufgeben. Weil ich hoffe eigentlich, dass mir endlich jemand mal schöne Platin am Reife gönnt. Aber das macht halt keiner freiwillig. Die wollen sie alle selbst haben. Keine Gönner hier im Spiel. Keine Gönner. Na gut. Dann schauen wir doch mal, wie viel Geld ich in Wirklichkeit habe. Ja! Jede Menge Geld. Deine Auflistung. Das sieht anders aus. Da stand was anderes davor dort. Dann können wir ja noch ein bisschen mehr pushen. Ja, übertreiben müssen wir es jetzt auch ändern. Machen wir mal. Ja, auf 900. Das ist doch eine gute Zahl, oder? Aber da bin ich Top 2. Ja, passt. Suite ist ein bisschen höher. Ach, tot. Das ist schon enttäuschend. Nein, Quatsch. Alles gut. 900. Ist schon mal ein guter Anfang. Wird auch erstmal die nächste Zeit nichts anderes sein. Arbeiter. Jawohl. Da ist er. Johann der Barde. In Safi Theater haben wir investiert. Müssen jetzt noch andere machen. Hoffentlich. Und jetzt sind wir auch nahezu hiermit fertig. Dann können wir doch mal die neuen Sachen gleich mal produzieren. Oder anschauen. Andererseits. Beziehungsweise. Ja, anschauen ist nur eine Sache. Wer kann denn überhaupt die Sachen nutzen? Das ist bei den Helden. Weiß ich gar nicht, wofür diese Instrumente überhaupt gebraucht werden. Wo sind die überhaupt? Hier. Ne, das sind Aura-Teile. Oh, Instrument ist eine Waffe. Oha. Sieh mal eine Ahnung. Endlich kann man mal wieder dieses Zeug loswerden. Oh, und ich habe endlich wieder Quest-Entwurf rein. Außer Stufe 12. Weil aktuell bin ich ja eigentlich dabei, Stufe 12 zu machen. Ich muss die ganzen, oh, die ganzen guten, ja, was sind's, wie heißen sie, Entwurfsschriftrollen? Oder wie heißen sie? Die Lille, äh, die da? Die Aufstiegsschriftrollen muss ich die ganze Zeit umwandeln in Entwurfsschriftrollen, weil, äh. Stufe 13, Gegenstände freizuschalten, kostet mal 200. Ich habe nicht so viele Entwurfsschriftrollen, um da alles fertig zu bekommen. Der letzte Tod, oje. Hm. Dementsprechend, ja, äh. Ich habe schon ausgerechnet, hier, hier fehlt mir noch 200, 400, 600, 800, 600, 800. 2.200 Sachen müssen, glaube ich, ja, vielleicht habe ich ja, ist es noch ein Premium-Gegenstand, den ich verpasse, oder? Ah, der hat eigentlich keine, okay, 2.000 dann, ungefähr. Wobei, du vielleicht auch nicht, du müsstest auch keinen, oder? Hast du, bist du ein Basis-Gegenstand oder ein Bonus-Gegenstand? Weiß ich schon gar nicht. Aber ungefähr 2.000 Schriftrollen brauche ich noch. Fehlen mir also noch ein paar, muss ich noch umwandeln. Hm, blöde Sache. So, äh, der Triangel wird gemacht. Außerdem machen wir mal so ein leuchtender Aura-Reif. Sieht man nicht irgendwo, was der auch macht? Okay. Gibt prinzipiell in der Richtung was. Finde ich gut, werde ich erstmal durchpushen, dann wieder. Pushen in die höheren Level. Außerdem, mhm, jetzt weiß ich nicht, aber ich glaube, die werden wertvoll. Wie sieht's denn hier mit sowas aus? Aura-Song-Dabbler. Duh, okay, okay. Mehrfachfertigung ist geil, äh, die Qualität ist geil. 19. Mhm, 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 mhm. Okay, das ist das einzig Geile. Äh, tatsächlich, der Rest ist, näh, nicht so notwendig. Aber 19, das kriegen wir hin. 19 kriege ich hin mit meinen Rollen. Jawohl, dann habe ich eine erhöhte Chance auf Mehrfachfertigung. Habe ich ja trotz, trotz meiner Skillung als, also mit der Charakterskillung ja auch. Und eine erhöhte Chance, 50% bessere erhöhte Chance, ist auch geil. Dementsprechend, ja. Wenn gleich mal die, in die Auren investiert, da investieren wir doch gleich mal in die Auren. Weil ich kann mir echt vorstellen, die Auren, die werden wertvoll. Weil, die Auren sind vergleichbar mit den, den Tieren, den Begleitern. Genau, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Auren sind sehr vergleichbar mit den, mit den, ähm, Champions-Sachen. Ah, denn diese Auren kann man den Champions mitgeben. Ja, ja, gibt es jetzt noch einen Slot für Auren? Das ist mega. Gleich mal auf dem Markt schon. Och, ich sag, wie, wie schnell geht denn das? Hallo? Wie lange ist denn das, ein Update schon draußen? Aber wie man sehen kann, die Auren geben, geben die nur Verteidigung bisher? Ja, nur ist so eine Sache, ähm, nur Verteidigung ist besser als nichts, aber man will halt für viele Bills auch Angriff. Aber ich könnte mir vorstellen, mit zukünftigen Entwürfen und sowas gibt es dann auch andere Scrolls, äh, Auren, wie auch immer. Andere Möglichkeiten. Ah, schon Level 3. Ach, stimmt ja, der muss ja leveln. Der muss ja dringend leveln, sonst, mhm, sonst kommen wir nicht weit in diesem Game. Der braucht ja ein paar Level, um die höheren Gegenstände zu produzieren, ja. Und da müssen wir halt dann wieder da rein investieren. Andere Leute müssen hier auch rein investieren. Was haben wir denn da? Avatar bearbeiten? Achso, ich habe jetzt einen Hut bekommen. Der Hut sieht aber scheiße aus. Muss ich zugeben hier. Das, das, das sieht Müll aus. Dann nehme ich doch lieber das da wieder. Ah, was haben wir noch? Das kann ich wohl echt hier. Muss ich zugeben. Ich habe da irgendwie komische Hüte. Ja. Ne, bin kein Fan von Hut. Bin ich kein Fan von Hut. Dementsprechend lassen wir es. Stufe 27 kann da maximal werden, aktuell. Aber vielleicht investieren ja noch ein paar von den Guildies hier mit rein. Dann ist es ja gut. Ist ja gerade draußen. Manche haben das Update noch gar nicht. Also normalerweise auf den mobilen Geräten kommt das Update erst noch. Und naja. Also diese Auren sind zusätzliche Möglichkeiten für die Helden. Ich dachte, das sehen wir jetzt gleich vielleicht auch, wenn wir das auf einen mal anwirken. Genau. Sie hat eine Aura. Das ist es. Genau. Wir haben, wir sehen zwar bloß, dass die sozusagen Rüstung erhöhen, also Verteidigung erhöhen, aber diese Auren haben auch alle Fähigkeiten. Die haben wirklich Aurenfähigkeiten, also Teamfähigkeiten. Dementsprechend ist es ziemlich geil. Da muss man halt erst mal schauen, was für Fähigkeiten pro Aura überproduziert wird. Also die erste ist anscheinend so eine Heil-Aura. Das haben wir jetzt schon mal gesehen. Eine Heil-Aura. Ja, Doppelfertigung. Sehr gut. Und gleich ein Level ab. Perfekt, perfekt. Sehe ich das hier? Sehe ich irgendwo... Ah, ich weiß nicht, welchen Aura-Effekt es hat. Kann man nicht hier lesen. Das finde ich blöd. Das würde ich am besten irgendwo anzeigen. Was für ein Aura-Effekt. Aber ich glaube, ich gehe jetzt auch, wie viele andere scheinbar auch, jetzt voll auf Auren erst mal. Push die Auren jetzt in Highspeed und schau mal, ob ich damit ein bisschen... Kohle machen kann. Padilla ist auf dem Markt, nicht wahr? Ja. Gut. Okay. Neuer Bart. Äh, neuer Held. Wir sollten ja... Wollten ja. Ja, wir könnten ja... Ich werde mal hier... Wie lange dauert das? Zwei Tage. Ja. Wobei. Ich habe das Geld. Das ist schweineviel Geld. Dann investieren wir doch mal hier rein. Boah, sechs Tage. Ja, gut. Bis dahin muss ich wieder ein bisschen Geld ansammeln. Ja, I love it. Oh, jetzt gibt es so viele, die jetzt... Also, hier bauen kann man viel mehr Leuten helfen jetzt in der Gilde. Das gibt ja auch immer Punkte. Wenn denn jemand was will. Hier gibt es ja Punkte. Aber keine... Oh, ja, sehr gut. Stufe 29 schon. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Aber da gibt es noch viel Potenzial. Viel Potenzial. Den neuen zu pushen. So, ähm... Genau. Jetzt kann ich hier fleißig alles weiter ausbauen. Wahrscheinlich wird jetzt der Fokus sein, hier ab einem Ressourcen alles nochmal hoch zu pushen. Wobei ich tatsächlich... Wobei ich tatsächlich... Hm... Wenn ich ab irgendeiner bestimmten Größe von den Behältern ist es irgendwann sinnvoll, vielleicht einen sogar wegzumachen. Aber noch bin ich nicht in dieser glücklichen Situation gelandet. Dementsprechend... Cool bleiben, still bleiben, alles in Ordnung. Ja, dann habe ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit was zu tun. Ich kann jetzt die Musikinstrumente und diese Runen richtig hoch pushen. Das ist super. Und wir schauen jetzt einfach auch nochmal das Update. Was hat es denn noch gebracht? Hat es denn noch was gebracht? Ähm... Ich schaue mal gerade die Patchnote sozusagen durch. Hm... Hm... Ja... Ach ja. Es gibt jetzt auch was ganz Neues. Was fürs Endgame Neues. Vielleicht habt ihr, wenn ihr das Spiel spielt, auch so ein paar Titanen-Selen rumliegen. Meine kann ich noch gebrauchen. Also ich sehe hier schon noch... Ich habe noch ein paar, die hier eine brauchen. Also eine brauche ich noch. Dann kann ich alle erstmal upgraden. Aber dann, wenn wir Titanen-Selen bekommen, die bringen halt erstmal nichts. Und längere Spiele, die haben wahrscheinlich jede Menge Titanen-Selen rumliegen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, diese zu craften. Ich weiß jetzt bloß gar nicht... Ähm... Fusion. Schauen wir mal, ob ich die... Ja, alles gut, alles gut. Beruhig dich. Und schauen, haben wir diese Möglichkeit... Ja! Schauen wir mal an! Schauen wir mal an! Jawohl! Noch nicht richtig... Oh, Markt. Lol. Achso. Ich brauche dafür einen legendären Gegenstand der Stufe 10. Die Chance ist aber dafür 100%. Ich könnte mir sogar... Zweimal könnte ich das machen. Wenn ich dann die Steine mache... Und natürlich brauche ich auch erstmal zwei legendäre Gegenstände der Stufe 10. Was machen die Champion-Selen? Äh... Die Champion-Titanen-Selen. Dasselbe, was der Name sagt. Also Champions. Upgraden. Ähm... Ein Champion, der so eine Titanen-Seele verpasst bekommt, kriegt sozusagen zwei Level-Ups. Also die kriegen ja jetzt noch weiterhin immer ein bisschen Rank-Up, Level-Ups. Also... Ja, der Effekt ist jetzt nicht so mächtig wie bei einer Titanen-Seele auf einen normalen Helden. Aber... Naja, warum nicht? Mh... Außerdem kriegen alle Step-Boosts von früher bis auch zukünftig nochmal 50% Aufschlag. Heißt... Ja, ich glaube, das ist schon mächtig. Wenn man bedenkt... Also... Ich weiß nicht, was mit den Level-Ups oder... Ja... Wie heißt es hier Rank-Ups sozusagen gemeint ist, aber... Ja, doch, so heißt es eigentlich, wenn man in einen... Also wenn man hier die Coins zusammen hat und hier einen... Genau, das heißt Rank-Up normalerweise. Rang aufsteigen sozusagen. Und wenn man davon schon sehr viele hat, ist der Held prinzipiell oder der Champion schon gut gebufft. Aber man kriegt durch diese Champion-Titan-Soul zwei Rank-Ups geschenkt. Und zusätzlich 50% Wert aller bisherigen und zukünftigen Rank-Ups. Heißt... Ja... Jeder braucht... Jeder Champion braucht so eine... Helden-Titan-Seele-Champion-Titan-Seele. So heißt sie. Fünf... Das sind zehn im Moment. Ach, ich brauche ja bloß 20 Titanen-Seelen. Titan-Soul. Jawohl. Das hört sich doch chillig an, oder? Chillig. Da hat man auf jeden Fall was, wo man noch länger farmen kann. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, das ist doch eine super Sache, oder? Hat man wieder ein bisschen mehr Endgame. Man braucht Stufe 37, den Sonnendrachen. Aber den haben wir in der Gilde zumindest schon auf Stufe 37, um das überhaupt machen zu können. Dementsprechend alles gut. Sonnendrache ist das da. Stufe 37 passt. Alles gut. Wunderbar. Tja, genau. Dass die Stadt sich erweitert, haben wir schon... Mh... Mh... Äh... Machen wir es doch einfach mal. Ja! Schaut euch das an. Das wird dann automatisch direkt ersetzt. Genauso im Antik-Store. Das ist, glaube ich, für mich der Store... Oder die Kaufmöglichkeit für... Goldstadt-Event, glaube ich. Ne, nicht Goldstadt. Ich meine... Gunst des Königs. Ich glaube, das ist der Antik-Score. Wo man mit diesen grünen Münzen... Irgendwie... Ja, Entwürfe von früher kaufen kann. Auch ziemlich geil. Ich habe tatsächlich beim letzten Event viele Entwürfe gekauft. Weil ich mir gedacht habe, ich brauche die Entwurfsschriftrollen für... Ja, um Stufe 12 alles zu schaffen. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Mh... Außer im Balance Changes... Reduced the maximum tier of items requested by champions to 10. The maximum tier. Okay. Die Helden kommen ja manchmal und wollen prinzipiell irgendwelche Items haben. Dafür kriegt man ein paar Coins für sie. Damit man sie irgendwann noch Rank-Up machen kann. Und da ist anscheinend das... Anscheinend gab es höhere als Stufe 10. Habe ich nicht so häufig mitbekommen. Tatsächlich kommen die eher an und suchen das Billigste für Billigsten. Das kein Mensch irgendwie auf dem Markt hat, weil das kein Mensch mehr produziert. Dementsprechend ist es schon spannend. Naja. Und außerdem gab es ein paar Bugfixes. Aber das ist... Ja, Bugfixes gibt es immer mal... Wenn wir keine Bugs sehen, dann... Wobei, ich hatte letztens einen sehr interessanten Bug. Ich habe da irgendwie ein Schild verkauft an einen, der hier draußen war. Also hier sowas habe ich halt ein Schild verkauft. Und währenddessen habe ich irgendwie den Screen gewechselt. Bin kurz wieder zurück. Auf einmal war der Schild so groß wie mein Bildschirm. Mein kompletter Ausschnitt vom Bildschirm. Und der hat ihn sich umgeschnallt. So groß wie mein Bildschirm. Ist rausgegangen. So groß wie mein Bildschirm. Ein bewegendes, so groß wie mein Bildschirm Schild. Das er dann rausgetragen hat. Bis er aus dem Bildschirm hier verschwunden ist. Dann hat es sich aufgelöst. Das war auf jeden Fall... Ach, das sind so Bugs, die... Diesen Mann gern. Solange sie so kosmetische Bugs sind. Das sind... Das ist not a bug. It's a feature, würde ich dann sagen. Dementsprechend alles super Sache. Ja, das sind prinzipiell die neuesten Änderungen. Neue, neuer, neuer, wunderbare Handwerker. Der neue, neue, neue Mechaniken mitbringt. Die Helden dadurch stärker macht. Weil, muss man ja schon zugeben, wenn es jetzt nicht die anderen Sachen schwerer machen, wie den Türm der Titan, ist das natürlich ein neuartiger Buff hier. Dass die Helden jetzt in Zukunft wunderbare Auren ausstatten können, macht sie tendenziell stärker. Die Instrumente weiß ich noch nicht, wie ich sie einschätzen soll, weil die Instrumente, ja... Ich weiß halt noch gar nicht, wer überhaupt ein Instrument tragen kann von den Helden. Das wird sie mit der Zeit ergeben, sobald man größere Instru... oder höheren Leveling-Instrumente hat, die sie dann statt... Ähm... Statt ne... Statt einem Schwert vielleicht mal einsetzen. Schlagen sie halt mal mit der Laute zu. Warum auch nicht? Vielleicht ist es eher eine Alternative zur Keule. Also statt mit der Keule, hauen sie einfach mit der Laute zu. Wie sie stabil gebaut ist, warum nicht? Cool. Finde ich auf jeden Fall nice. Freut mich. Gibt es wieder einiges zu tun hier in dem Spiel. Und das werde ich auch tun. Teilweise sogar beschleunigt. Ich sehe euch beiden dabei an. Jawohl. Läuft. Dementsprechend. Ich brauche wieder Geld. Ich bin pleite. Warum? Ich schaue euch beide damit deswegen an. Ja, ihr seid mein Gold-Sink gerade. Frech eigentlich. Aber... Ja, das ist das Kritischste im Moment. Das ist immer leer. Und es füllt sich auch nicht so schnell auf wie alles andere, wie man es sehen kann. Wie man hier live sehen kann. Aber naja. Alles händelbar. Alles im Rahmen. Alles wunderbar. Alles super. Und ich werde weiterhin voranschreiten. Ich hoffe ihr ebenso, wenn ihr das selbst spielt. Ansonsten danke ich euch vielmals fürs Zusehen. Und ciao. Bis zum nächsten Update. Loser Händler. Untertitelung des ZDF, 2020